Wenn du bisher gedacht hast, dass Gurken ein Gemüse sind, müssen wir dich leider enttäuschen. Sie entwickeln sich nämlich aus einer Blüte, weshalb sie zu den Früchten gehören. Aber wusstest du schon, dass Gurken eine ganze Reihe gesundheitlicher Vorteile für deinen Körper haben? Welche das sind, genau das verraten wir dir heute hier bei uns. Bleib also unbedingt bis zum Ende dran und vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Nummer 1. Sie verbessern die Verdauung. Gurken sind reich an Vitaminen, Ballaststoffen und Wasser und helfen bei Verdauungsproblemen. Der tägliche Verzehr einer Gurke kann Probleme mit dem Stuhlgang lösen und Verstopfungen bekämpfen. Nummer 2. Sie stärken deine Knochen. Gurken enthalten Vitamin K und Calcium, die wichtig für starke Knochen sind. Vitamin K verringert nachweislich das Risiko von Knochenbrüchen und spielt eine wichtige Rolle bei der Aufnahme von Calcium. Nummer 3. Sie verbessern deine kardiovaskuläre Gesundheit. Gurken enthalten nicht nur Vitamin K, sondern auch Magnesium und Kalium. Diese drei Nährstoffe sind wichtig für eine reibungslose Funktion des Herz-Kreislauf-Systems. Durch die Einnahme von Magnesium und Kalium kann der Blutdruck gesenkt werden. Ein regelmäßiger Verzehr von Gurken senkt nachweislich den schlechten Cholesterinspiegel und den Blutzuckerspiegel. Vitamin K ist ein wichtiger Faktor bei der Blutgerinnung und der Regulierung des Calcium-Spiegels im Blut. Nummer 4. Sie stärken deine Haare und Nägel. Wenn dein Immunsystem gesund ist, bleibt auch dein Haar gesund. Gurken enthalten die Vitamine A, B, C, K, Mangan, Kupfer und Kalium, die eine wichtige Rolle bei der Erhaltung eines gesunden Immunsystems spielen. Wenn dein Körper und dein Immunsystem gesund sind, spiegelt sich das oft in deinen Haaren, Nägeln und deiner Haut wieder. Nummer 5. Sie sorgen für strahlende, weiche Haut. Die kühlenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften der Gurke helfen dabei, stumpfe und trockene Haut zu verjüngen. Gurken enthalten B-Vitamine wie Niacin und Riboflavin sowie Vitamin C und Zink, die essentiell für eine perfekt strahlende Haut sind. Lass die Schönheitspflegeprodukte beiseite und iss stattdessen jeden Tag eine Gurke. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Das war es auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag. Bis zum nächsten Mal.